Wir wollen eine Landwirtschaft, die im Einklang mit der Natur wirtschaftet und einen Beitrag zum Artenschutz leistet. Dazu werden wir eingesetzte Pestizide bis 2030 mindestens halbieren und weiter für eine gentechnikfreie Landwirtschaft einstehen. Um das Wohl und die Gesundheit der Tiere zu schützen, erneuern wir unsere Landwirtschaft und bauen den Ökolandbau aus.